Wir sind heute bei BMW Siegmann in Hameln und tauschen heute die Winterreifen gegen die Sommerreifen. Als erstes wird das Auto hochgefahren, damit man die Bolzen der Reifen lösen kann. Im Anschluss kann man die Reifen samt Felge von den Radaufhängungen abziehen. Im nächsten Schritt werden die Sommerfelgen ausgewuchtet, wenn nötig mit Bleigewichten ausgeglichen. Die Sommerreifen stehen nun bereit zur Montage. Wenn die Reifen fest am Wagen montiert sind, wird der Luftdruck auf seine Richtigkeit überprüft. Bei BMW Siegmann im Service inbegriffen ist der Fieldings-Check. Hierbei wird der Unterboden, die Abgasanlage, Flüchtigkeitsstände sowie die komplette Lichtanlage auf ihre Funktionalität geprüft. Nun steht der Wagen zur Testfahrt bereit. Nach dieser werden die Felgen nochmals mit der Hand nachgezogen. Wenn die aumento des Unterboden zu haben, würde ich bis zum Richtig und nachher liefern... How can die Möglichkeit des Unterboden? Was das denn? Ich war nicht mein Name, genau so wie Sie kennen. Wie du denn das sind, bist du deinem Schäuhrer-Date-Datein-Datein-Datein und, Du bist nicht. Aber du bist, du bist. Bis zum nächsten Mal.